Das von einem Wald umgebene Fünf-Sterne-Hotel Alara-Kum befindet sich in Inche-Kum und liegt nur rund 200 Meter vom feinsandigen Strand entfernt, der mittels einer 50 Meter unter einer Schnellstraße verlaufenden, hotelleigenen Unterführung problemlos erreichbar ist. Auf zwei Gebäudeeinheiten mit fünf bzw. sechs Etagen verteilen sich die 197 vollklimatisierten Zimmer. Alle Zimmer sind mit Teppichboden ausgelegt und verfügen über Bad oder Dusche und WC, TV, gebührenpflichtige Minibar, Telefon sowie Balkon oder Terrasse. Die Klimaanlage ist individuell regelbar und schafft ein angenehmes Wunschklima. Zwei Süßwasserswimmingpools, einer davon mit Wasserrutschen, Sonnenterrasse, Liegestühle und Poolbar laden zum Entspannen ein. Zum All-Inclusive-Angebot mit Frühstück, Mittag- und Abendessen jeweils in Buffetform gehören ebenso Snacks, Mitternachtssuppe, Getränke und vieles mehr. Für Langschläfer wird zudem extra ein Spätaufsteherfrühstück angeboten.